In der neuen Videoreihe geht es um die Restaurierung und Erweiterung des bestehenden Chemiewerks. Den Bau des bereits vorhandenen Teils hatte ich in vier Videos dokumentiert, wobei die ersten drei noch ohne gesprochenen Text waren. In diesem ersten Teil geht es jetzt um die Vorbildanalyse und mögliche Modelle. Viel Spaß! Eigene Fotos von Chemieanlagen zu machen ist nicht so leicht, da auf den Geländen üblicherweise Fotografierverbot besteht. Zufällig ist vor wenigen Wochen eine SWR-Doku auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht worden. Zu sehen sind die riesigen Anlagen der BASF in Ludwigshafen. Zu Beginn und am Ende zeigt das Video das riesige Lichtermeer der bei Nacht beleuchteten Chemieanlagen. Auch der Logistikbereich mit unzähligen Bahngleisen ist sehr beeindruckend. Am Ende des letzten Videos zum Nachbau des Bahnhofs Bulheim hatte ich bereits erwähnt, dass es nur 15 Minuten zum nahegelegenen Chemiepark in Dormagen sind. Also liegt es nahe, sich diesen als Vorbild anzuschauen. Wie auch in Ludwigshafen steht hier ein integriertes Chemiewerk, also eine Kombination unterschiedlicher Fertigungsstufen an einem Standort, ausgehend vom Rohstoff Nafta. Aus diesem Rohstoff werden Zwischen- und Fertigprodukte wie Kunststoffe, Pflanzenschutzmittel und Spezialchemikalien hergestellt. Der erste Schritt, die Aufspaltung des Nafta, einem Rohbenzin aus der Erdölraffinierung, wird in Dormagen von Ineos durchgeführt. Dies erfolgt in Steam-Crackern, wo zunächst Olefini hergestellt werden. Hier zu sehen sind Screenshots aus Videos der Firma Ineos auf YouTube. Auch in Dormagen nimmt die Logistik einen großen Raum ein. Neben einer Tochter des Chemieparkbetreibers Corenta betreibt auch die Firma Heuer ein großes Logistikzentrum. Nun komme ich zu eigenen Aufnahmen des Camp-Parks in Dormagen, fotografiert von außerhalb des Werksgeländes. Am südlichen Ende des Chemieparks befindet sich am Rheingelegen, Tor 9, mit dem Blick auf die Anlagen von Ineos. Das Thema Steam-Cracker mit den dazugehörigen Anlagen wie Gastanks, Hochfackeln und Kühler möchte ich versuchen nachzubilden. Wie auch in Ludwigshafen erfolgt die Anlieferung des Naftars per Schiff über den Rhein. Für einen Fluss ist aber auf meiner Anlage leider kein Platz mehr. Aber was wäre eine Modellbahn ohne Schienenverkehr? Eine perfekt passende Chemion-Diesellok, der Baureihe Mack G800BB, soll es in Kürze von Gigandorfer geben. Insofern war die Vorbestellung ein Muss. Hier eine Mack 1206 bei der Arbeit. Abstellgleise für Kesselwagen werden bei mir nur in kleinem Umfang möglich sein. Bereits in der Ankündigung des Chemieanlagenmoduls im letzten Video, zum Bau eines modernen Haltepunkts nach dem Vorbild Pulheim, habe ich die momentane Situation skizziert. Die in der Epoche 6 nicht mehr üblichen Bahnanlagen, wie Stellwerk und Verladung, sind noch vorhanden. Hier war ein Rückbau vorgesehen, der für die Erweiterung der Chemieanlage genutzt werden soll. Da das bisherige Segment bereits vor einiger Zeit abgestürzt war, ist hier eine Restaurierung erforderlich. Hier der Überblick des bisherigen Anlagenteils mit dem Vielstoffbetrieb. Neben der Anlage sind einige Hochtanks, ein Tanklager, ein Imbiss sowie eine Pforte vorhanden. Der nun zusätzliche Bereich ist ein rechtwinkliges Dreieck mit einer Kantenlänge von ca. 40 cm. Aus dem Bahnhof Pulheim heraus besteht bereits ein Gleisanschluss. Analog zum südlichen Teil des Chemieparks in Dormagen soll hier ein Steamcracker mit den dazugehörigen Aggregaten entstehen. Der erste Schritt ist eine Entladung für Tankwaggons am Gleisanschluss. Das angelieferte Nafta wird in einem Hochtank gelagert. Dann geht es zum Cracker mit Spaltofen, Gaswäschern und Rektifikationskolonnen. Um die gewünschten Reaktionsprodukte in hoher Ausbeute zu erhalten, ist eine schnelle Kühlung der reaktiven Komponenten erforderlich. Nach der Trennung der entstandenen Produkte werden diese in Gastanks gelagert. Als Sicherungseinrichtung dienen Gasfackeln, in denen überschüssige Produkte verbrannt werden können. Die zusätzliche Fläche ist nun frei, sodass sie bebaut werden kann. Bei ganz enger Aufstellung können sogar 2 Gasometer Platz finden. Diesbezüglich bin ich mir aber noch nicht sicher und werde es letztlich vom optischen Eindruck abhängig machen. Für das bestehende Modul steht eine gründliche Restaurierung an. Viele Teile sind abgebrochen und die Modelle müssen neu aufgestellt werden. Bei der Beleuchtung ist einiges an Nachrüstung geplant. Zunächst soll diesmal aber eine solide Segmentplatte aufgebaut werden. Ein beim Bau der Abstellung mit Betriebshof übrig gebliebenes Segment mit 50 x 1 m Kantenlänge soll als Basis dienen. Da nur eine Breite von 40 cm zur Verfügung steht, muss die Platte zunächst gekürzt werden. Außerdem sind noch vier Beine erforderlich. Der kleine Überstand rechts fügt sich in die Fläche des Hauptmoduls ein. Das ja bereits vorhandene Hintergrundmotiv, das bislang mit Reißzwecken an der Wand befestigt war, wird nun auf eine Platte aufgezogen. Es war damals durch das Zusammenschneiden von zwei Fotos einer früheren Fotoserie entstanden. Der Neuaufbau wird in einem der nächsten Videos zu sehen sein. Für den neu hinzukommenden Teil der Olefinherstellung mittels Steam Cracker müssen zunächst Modelle gefunden werden. Neben den Anlagenteilen sind dies auch Fahrzeuge und Ausgestaltungsgegenstände. Das zentrale Element ist der Steam Cracker. Verfügbar sind zwar Raffinerieanlagen, aber kein spezifisches Steam Cracker Modell. Bereits seit Mitte der 1950er Jahre gibt es aber ein Hydrierwerk von Vollmer. Hydrierwerke wurden bis Mitte des letzten Jahrhunderts genutzt, um Diesel und Benzin aus Kohle herzustellen. Aufgrund der in der Folge stark gesunkenen Ölpreise und der hohen Verfügbarkeit von Öl wurden sie dann nicht mehr genutzt. Da sich diese Entwicklung gerade wieder umkehrt, wird das Thema wieder aktuell. Um die Vergleichbarkeit der verwendeten Aggregate für Hydrierwerke und Steam Cracker abzuklären, habe ich das neue KI-Werkzeug von OpenAI ChatGPT befragt. Nach anfänglich negativen Antworten und einigen weiteren Zwischenfragen gab es dann doch eine positive Antwort. Von den deutlich längeren Antworten ist hier jeweils nur der erste Absatz wiedergegeben. Die für mich wichtige Aussage ist, dass sowohl die Reaktionsprodukte als auch die technischen Aggregate vergleichbar sein können, auch wenn der Hauptzweck durchaus unterschiedlich ist. Die von mir für die Nachbildung geplante Olefinherstellung kann sowohl in Hydrierwerken als auch Steam Crackern durchgeführt werden. Um den Cracker betreiben zu können, sind einige weitere Aggregate erforderlich. Das aus Tankwaggons entladende Nafta wird zunächst in einen Hochtank gelagert. Hierzu gibt es ein passendes Modell von Auhagen. Um die bei den hohen Temperaturen des Spaltofens reaktiven Olefine isolieren zu können, ist eine gute Kühlung erforderlich. Einen LaserCut-Bausatz hierzu gibt es von Joswood. Die Produkte werden nach der Trennung in Gasometern gelagert. Das Modell dazu hat Vollmer im Angebot. Für den Notfall wird zur Verbrennung überschüssiger Reaktionsprodukte eine Hochwackel verwendet. Joswood hat hierzu verschiedene LaserCut-Bausätze im Sortiment. Zur Verbindung der einzelnen Anlagenteile sind Rohrleitungen erforderlich. Faller bietet ein Rohrleitungsset an, von dem ich gleich mehrere Exemplare beschafft habe. Rohrbrücken in verschiedener Ausführung nutze ich von Joswood. Im nächsten Video beginne ich dann mit der Grundplatte für die Erweiterung. Die Abgrenzung zur Bahnstrecke erfolgt mit einer Alarmschutzwand. Dann beginnt der Aufbau der Anlage. Bis dahin! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020